Die nächste Konsolengeneration wirft ihre Schatten voraus. Microsoft hat vorgelegt, beziehungsweise mal wieder ein Update gegeben. Wie sehen die Third-Party-Spiele aus? Da gab's einen großen Livestream. Ob der richtig geil geworden ist oder vielleicht auch nicht, darüber reden wir in der heutigen Folge Montag. Montag. Jetzt auch als Podcast. Und wenn ich von uns, beziehungsweise wir, rede, dann meine ich einerseits meine Wenigkeit, den Colin, aber zugeschaltet ist natürlich auch Tim. Hallo. Und Micha. Guten Tag. Ja, wir immer alle noch in der angemessenen Corona-Homeoffice-Lösung. Aber aus der haben wir natürlich auch alle am Donnerstagabend deutscher Zeit, war es vergangene Woche Donnerstag, 17 Uhr. Da hatte Microsoft einen weiteren Stream angekündigt zur Xbox Series X. Dieses Mal sollte es, das hatten sie im Vorfeld auch klar gesagt, nicht um die hauseigenen Spiele gehen, auch nicht um Technik, sondern um das, was die Dritthersteller so in petto haben. Und im großen Stil wurde in diesem Rahmen angekündigt, man würde eben auch In-Game-Optik sehen, also nichts als die Wahrheit. Und entsprechend spannend war das Ganze auch. Wir haben uns alle um 17 Uhr eingefunden vor den Streams und das Ganze angeguckt. Vielleicht mal, bevor wir da ins Detail gehen, mal so mit dem Grundgefühl vielleicht schon mal vorweg. Also ich war nicht so wahnsinnig begeistert nach der Dreiviertelstunde. Wie seht ihr das, Micha? Ja, ich war extrem enttäuscht. Ich fand es ultra schlecht. Also wirklich ultra schlecht. Nicht mal nur ein bisschen schlecht, sondern wirklich eine Frechheit. Also mir ging es, wie gesagt, gar nicht so. Ich hatte nicht so die größten Erwartungen an die Konferenz, an diese Trailershow, weil ich mir auch so dachte, na ja, wahrscheinlich ist das alles so ein bisschen zusammengeklöppelt jetzt in der Corona-Zeit und so. Im Endeffekt war es ja dann auch so. Und ich muss sagen, klar, das Gameplay haben wir nicht zu sehen bekommen. Das war schon auf jeden Fall nicht der geilste Schritt von denen, das irgendwie so anzukündigen. Die Spiele fand ich aber tatsächlich teilweise ganz interessant. Also das fand ich schon ganz nice. Ja, um meine Meinung noch ein bisschen auszuschmücken, ultra schlecht waren die Spiele da auch nicht unbedingt. Ich fand die Spiele okay. Für eine normale Prezi, keine Ahnung, auf einer E3, für kommende Microsoft-Spiele. Nicht Series X-Spiele, sondern Microsoft-Spiele. Wäre alles cool gewesen. Nette Spiele dabei, keine großen Aufreger, aber ja doch, in Ordnung. Aber wenn ich sage, das ist hier die Series X, ganz spezifisch Series X Prezi, dann geht es mir um die Grafik. Denn geile Spiele kriege ich auch auf der PS4 und auf der Xbox 360 oder L1, Entschuldigung. Deswegen hab ich wirklich nur darauf gelinst, okay, wie sieht sie aus, die neue Generation? Weil geile Spiele haben wir auch vorher schon gehabt. Und die Grafik dann nicht zu zeigen, sondern dann einfach nur In-Game-Replays zu zeigen, ist eine Frechheit. Ja, also genau, um das vielleicht noch mal ganz kurz einzufangen. Also das ist das, was sie angekündigt haben, was sie mehrfach im Stream ja auch gesagt haben und was angezeigt war, dass eben alles, was man da gesehen hatte, quasi mit In-Game-Engines, also sozusagen, ich sag mal ganz frei übersetzt, nichts vorgerendet ist, sondern Echtzeit-Grafik, so wie sie in dem Spiel selbst berechnet werden kann, jeweils stattfand. Das war die Ankündigung. Und in der Praxis, wie du schon gesagt hast, war das dann, ja, nicht immer so ganz eindeutig zu sehen, zumal es natürlich auch im Schweinsgalopp durchging, so schnell geschnitten war und wirklich teilweise wirkte einfach wie ein zusammengetackerter Trailer. Ja, es war schon In-Engine-Footage, ne? Ja, ja, das schon, aber du konntest ja halt nicht so ein richtiges Bild machen. Das war halt kein Gameplay. Das war halt In-Engine-Footage, das war In-Engine-Gerendert, aber es war halt kein Gameplay. Ja, genau, von Gameplay. Aber da kommen wir nachher noch zu, Assassin's Creed, das war so das Letzte, mit dem sie rausgegangen war. Das war ja schon ein paar Tage vorher, hatten sie das ja quasi enthüllt, Ubisoft. Und dann eben vollmundig versprochen, jetzt sähe man das erste Mal Gameplay im Rahmen dieser Inside Xbox. Das war das Letzte, deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal chronologisch an. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal durch die Spiele durch, teilen unsere Gedanken dazu, was wir davon halten, was man da gesehen hat. Und dann schauen wir mal, wo wir dann am Ende landen, ob wir dann vielleicht jetzt mittlerweile alle begeistert sind. Also, meiner Chronologie nach war das allererste Spiel, was man gesehen hat, Bright Memory Infinite. So ein wildes Action-Ego-Spiel, ich fasse es mal grob zusammen, da wurde eben in Ego-Perspektive geballert, da gab's so Nahkampfgeschichten, mit Gegner an den Rand ziehen, da gab's so Wall-Run-Segmente, da gab's so eine Autoverfolgungssequenz, im guten alten 007-Stil, sag ich jetzt mal. Also, so überdrehte Sci-Fi-Action aus Ego-Perspektive. Das war das, was man da so gesehen hat. Ja, und das war ja auch eins der Spiele, die noch am meisten, oder der Präsentation, die noch am meisten nach Gameplay aussahen, tatsächlich. Und, was ich auch sagen muss, ist eine der optisch eindrucksvollsten Präsentationen, finde ich, wenn man mal davon ausgeht, was wir da schon gesehen haben, also Raytracing haben wir gesehen, irgendwie so den Detailgrad und auch die gute Physik-Engine, die da irgendwie dabei war, auch mit diesen schwarzen Löchern und so, wo sauviele Sachen da so reingesogen werden und halt auch super viele Details und so. Und wenn man sich dann auch überlegt, dass das Ganze halt von einem Typen irgendwie entwickelt wird, fand ich das schon relativ beeindruckend. Also, das war schon ganz cool, wie gesagt, für ein Spiel, was von einer Person entwickelt wird. Also, ich, das ist jetzt wieder der alte Streit, aber für mich war's nicht beeindruckend. Für mich sah das aus für ein hübsches PS4-Spiel und kein Deut besser. Das wird gerne mal dann überschminkt mit, da ist ganz viel Regen, deswegen glänzt der Boden und ganz viel Wind. Das sieht dann immer erst mal bombastisch aus, aber die eigentliche Grafik im technischen Sinne sieht genauso aus. Das Spiel ist ja auch nicht neu, sondern das gibt's ja schon länger. Von diesem einen Typen entwickelt, gab's ja schon vorher so ein paar Videos. Das sieht für mich nach Standard-Unreal-Engine aus, bisschen, paar nette Effekte drin. Überhaupt nichts, was mich von Mocker haut. Ja, aber Raytracing hast du auf der PS4 halt nicht. Wo hast du da Raytracing gesehen? Ja, zum Beispiel in den Reflektionen, die am Boden sind. Weißt du, dass das Raytracing war? Ja. Das hat der Entwickler auch gesagt, dass das Raytracing ist. Also, für mich war Raytracing, gut, wenn's das war, ich kann's eh meistens sich auseinanderhalten, deswegen wusste ich's jetzt nicht. Ähm, für mich ist das kein großer grafischer Effekt. Das hat auch schon bei, selbst bei Metro nicht besonders viel ausgemacht. Äh, sah's teilweise sogar besser aus ohne. Äh, so Hardware, Hardware-beschleunigtes... Ich hätte gerne einen höheren Detailgrad, bessere Texturen, einfach bessere Grafik und nicht ein paar schickimicki-Lichteffekte. Ja, aber Raytracing ist die bessere Grafik. Hardware-beschleunigtes Raytracing ist eines der großen, äh, sag ich mal, technischen Verbesserungen, die die neuen Konsolen mit sich bringen. Das ist halt ein riesen, riesen Ding für grafische Weiterentwicklungen. Also, ich... Ähm, ich... Wir haben gemerkt, dass wir unterschiedliche Erwartungshaltungen hatten, was da eigentlich kommt und was will man damit eigentlich bezwecken. Soll das der Exklusiv-Showcase für den Kauf einer neuen Microsoft-Konsole sein, der uns zeigt, wow, geil, das gibt es nirgendwo anders? Soll es der sein, der zeigt, so was Geiles habt ihr im Leben noch nicht gesehen? Ähm, das ist, glaub ich, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und das find ich auch legitim. Aber lass uns das nicht noch weiter vertiefen. Ich glaub, hier haben wir wirklich einfach unterschiedliche Auffassungen. Lass uns doch mal darauf zurückkommen, was wir gesehen haben und inwieweit das unsere Freude auf die neue Konsole... Ich bleib jetzt mal bei dem Thema, es geht halt um die Series X, ob es das jetzt irgendwie erhöht hat, ob da Spiele dabei sind, wo wir sagen, geil, da freu ich mich tierisch drauf, geil, da haben wir noch nichts von gehört. Okay. Das nehm ich doch gerne zum Anlass, mir das dann vielleicht für die neue Generation zu holen, auch wenn ich's auf meine alten spielen könnte, weil die paar Effekte mehr, vielleicht ist es ja auch noch viel, viel mehr, da muss man ja auch sagen, da wurden nicht alle Katzen aus dem Sack gelassen. Ähm, das können wir noch gar nicht so richtig präzise sagen. Vielleicht ist das dann ja doch der Kicker, der mir sagt, endlich kann ich meinen Fernseher ausfahren. Wie zum Beispiel Dirt 5. Das war ja eine Weltpremiere in diesem Stream, wenn ich mich recht erinnere. Ja, war Bestand auch in erster Linie aus Replay-Material. Genau. Also wieder diverse Kurse, diverse Rennen, diverse Vehikel, ein wilder Ritt, haben mit geilen Wettereffekten, Matschpfützen und Fahrerinnen nicht gegeizt, aber alles eben super schnell wieder geschnitten auf super sexy Replay-Action. Ähm, das sah schon cool aus. Also ich hab nichts gesehen, was mich jetzt dazu bringen würde, eine Series X zu kaufen oder mich drauf zu freuen. Aber diese Aussage, die kannst du doch gar nicht valide treffen, basierend auf dem, was wir gerade gesehen haben. Ich will jetzt zum Beispiel ein Moddingfest machen. Ich will jetzt zum Beispiel ein Grafikmoddingfest machen. Ich sehe, was für Sprünge möglich sind, wenn sich Leute hinsetzen und sagen, hier, guck mal, für euch Leute baue ich jetzt Texturen, die ihr so eine Grafikkarte habt. So, genau. Und da möchte ich jetzt noch mal einmal ergänzend darüber, also wir können die Debatte auch in alle Richtungen führen, aber worüber reden wir? Wir reden jetzt immer noch über die Präsentation von 13 Third-Party-Spielen, wo nicht überall ganz klar steht, für welches System die denn jetzt wirklich rauskommen. Wir gehen davon aus, dass die alle für möglichst viel kommen. Das liegt ja auch in dem Interesse eines Third-Party-Entwicklers. Aber das war jetzt hier nicht die große Exklusiv-Tech-Demo-Show für das, was die Series X vielleicht mal irgendwann zu leisten vermag, wenn man sagt, wir ballern da jetzt mal mit allen Power-Sachen drauf, um euch zu beeindrucken. Hier geht es um Third-Party-Spiele, die du eben wahrscheinlich genauso auf einer normalen PS4 wirst zocken können oder auf einer Xbox One S. Und wie gesagt, wir reden hier heute in dem Video auch oder speziell von Third-Party-Spielen. Und bei Third-Party-Spielen gehen wir doch einmal zum nächsten Titel, zu einem Spiel, was wahrscheinlich wirklich keiner mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Denn das ist irgendwie ... Ja, du sagst, es wurde vor zwei Jahren schon mal präsentiert. Ich glaube, Gronke hat das sogar schon mal gespielt. Scorn, ein Spiel, ich erinnere mich an Trant. Er sagte dazu, oh Gott, oh Gott, Scorn, das wirkte für ihn damals wie ... Das könnte ein zweites Agony werden, so ungefähr. Also so ein superstyles Ding, das war dieses HR-Giga-Ding mit irgendwelchen sexualisierten, dämonischen Sci-Fi-Obskuritäten, sag ich mal, wo man überhaupt nicht drauf schließen kann, zumindest in diesem Trailer, den man jetzt gesehen hat, was das ganze Gameplay-mäßig eigentlich machen soll, was es machen kann. Das war ein reines Style-Showcase für das Giga-Museum, sag ich jetzt mal, aus meiner Sicht. Ja, was das spielerisch kann oder wird, das weiß natürlich kein Mensch. Hoffentlich mehr als das, was vor zwei Jahren Gronke Let's Play hat. Naja, es soll ja wohl irgendwie so ein Ding sein, wo du halt ... Also irgendwie Rätsel sollen auch so drin sein. Es soll auch irgendwie ... Man soll ja auch schießen können. Es soll eine Waffe, so veränderbare Waffen geben, die auch so organischer Natur sind. Also sozusagen keine richtigen Waffen, sondern man soll halt irgendwie eine Pistole und eine Schrotflinte haben, die sich auch ineinander verwandeln können, wo man dann irgendwie auch so mit organischem Material schießt und sonst was. Soll wohl alles relativ abgefahren sein und man soll mit den Waffen wohl auch irgendwie Rätsel lösen können. Also es klingt schon so, finde ich, ein bisschen nach Agony. Es ist zwar auch irgendwie alt, ich hatte es aber tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm. Und ein bisschen was ist ja wohl auch passiert, das sollte ja ursprünglich mal episodenhaft irgendwie rauskommen, zumindest in zwei Teilen. Jetzt haben sie es wohl in einen Teil irgendwie zusammengeschmissen. Und am Anfang, es gab ja, hat ja irgendwie auch zwei Kickstarter-Kampagnen gehabt und die erste ist ja sogar schiefgegangen. Also die haben es gar nicht, ihr Ziel erreicht. Und beim zweiten Mal dann irgendwie erst, hat es dann irgendwie erst sozusagen das Ziel erreicht. Ich fand es aber trotzdem cool, das halt irgendwie zu sehen, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte und ich auch irgendwie finde, dass es sehr interessant aussieht. Also den Trailer fand ich schon echt geil. So diese, die ganze, diese HR-Giga-Ästhetik und so weiter und so fort. Das fand ich, das sah schon, sah schon ziemlich nice aus und fand ich auch zum Beispiel interessanter als damals den ersten Trailer von Agony, der so, finde ich, noch viel mehr so diese Standard-Höllen-Optik irgendwie hatte. Ich meine, klar, HR-Giga hat man jetzt auch schon mal gesehen, ist jetzt auch irgendwie nichts Neues, aber wie sie es da umgesetzt haben, sah das schon alles richtig geil abgefuckt aus und so bin ich auf jeden Fall gespannt, was da ... Und ich finde auch, der Umstand, dass sie das jetzt in so einer, in der Inside Xbox halt zeigen, diesen Trailer, könnte ja vielleicht darauf hindeuten, dass es vielleicht irgendwie eine gewisse Qualität hat, wobei natürlich der Agony-Trailer auch irgendwie überall gejobbt wurde. Das war natürlich eine riesen Enttäuschung. Ich hoffe aber so ein bisschen darauf, dass sie sich angeguckt haben, was aus dem Spiel wird und sich dann halt gesagt haben, ja, okay, das ist es wert sozusagen, das hier zu zeigen. Mhm. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Nicht, dass es nur so was war, guck mal, wir haben wieder so was ganz Spezielles, so was ganz speziell, arci-farsis, überstilisiertes, Mysteriöses am Start, dass es mehr ist. Aber wenn man so lange an so einem Projekt wurstelt und wie du schon sagst, das dann auch so prominent geshowcased bekommt in so einem Stream, ja, vielleicht ist das mit dem nötigen Selbstbewusstsein mittlerweile dann auch versehen, das Ding. Dass das wirklich ganz interessant wäre. Also ich hab's mir ein bisschen angeguckt bei Ronk und auch so, was es da schon so gibt. Die sagen ja, es gibt keine Cutscenes und es gibt dieses Environmental Storytelling, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben, typisch Walking Simulator, also mit ein paar Rätseln und ich glaube ein bisschen Schießen und so. Ich glaub, das Budget ist eher klein und ich bin ja großer Fan von Alien und der Reihe und von Prometheus auch und diesem ganzen Look. Ich hoffe, sie haben dann die Lizenz, weil es ist halt schon fast reiß geklaut, im Grunde einfach geklaut. Sie sagen aber auch, sie haben noch andere Vorbilder, David Lynch und Franz Kafka, also ganz viele tiefgängige Vorgänger, Vorbilder, die hoffentlich auch für die Story dann relevant sind und nicht nur für die Optik, weil bis jetzt ist für mich wirklich nur diese Optik nett. Vom Spiel kann man ja eigentlich nicht so wirklich viel sagen. Richtig, genau. Insofern eine coole Optik, ja. Ist aber auch In-Engine-Footage, ne? Ja. Und ich find dafür, es sah schon, es sieht schon auch schick aus. Also ich find auch so da wieder die, einfach die Bildschärfe, auch so die Beleuchtungseffekte, so die Texturqualitäten, so ist das auch schon ziemlich nice bei diesem Trailer. Also ich war schon überrascht, wie detailliert das tatsächlich ist. Das sah schon gut aus, aber wirklich schwer. Ich schwere, da irgendwas hochzurechnen. Leichter ist es vielleicht beim nächsten Titel. Wenn ich mal kurz ... Ich wollte noch was sagen. Es sieht tatsächlich, genau, es sieht auch in dem Gameplay von vor zweieinhalb Jahren auch schon so aus. Also es ist zumindest kein Fake. Ja. Naja gut, ist ja auch ein bisschen reduziert, das ist natürlich dann technisch auch leichter umsetzbar. Stichwort Farbpaletten und sonstige Geschichten. Chorus, Rise as One war das nächste, was gezeigt wurde. Das war für mich so ein bisschen das, na ja gut, wir brauchen noch irgendein Spiel. Also so eine Weltraumoper, typisches Rumgeballer, so ein bisschen im Stil von, ja, zwischen Star Fox, Wing Commander und all diesen Spielen. Und das Ganze angedickt mit einer fett inszenierten Storyline, mit vielen Twists, bla bla. Kommt aus Hamburg, ne? Kommt aus Hamburg, das macht's natürlich gleich sympathischer. Aber es wirkte für mich, ehrlich gesagt, wie so ein typisches Spiel von der Stange. Also dieses Genre, was, ja, vielleicht hat das jetzt wieder, vielleicht hat dieses Genre so ein Comeback, aber so eben die ganz, die alten Zeiten mit Colony Wars und Co. Ich weiß nicht, braucht so ein Spiel? Also ich find, ich fand's, also ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch am Anfang so dieses Gefühl, dass es so, ich weiß nicht, dieser Trailer mutet so ein bisschen 0815 an, irgendwie so wie er gemacht ist und so vom Look her. Ist es halt ein bisschen austauschbar. Es war so ein bisschen Control irgendwie kurz mit drin und so. Aber ich hab halt richtig Bock auf Weltraum-Shooter. Also, klar, es gibt Star Citizen und so und es gibt Elite Dangerous und alles so diese Sachen. Aber so ein richtiger Weltraum-Shooter, da hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich find, das hab ich immer gern gespielt eigentlich. Und wenn das so ein bisschen so eine Arcadigere Richtung geht oder vielleicht auch Story-Driven-Richtung und halt nicht so riesig wird wie zum Beispiel in Star Citizen, dann hätt ich da schon Lust drauf. Also es wirkte sehr Arcadig, würd ich auch sagen. Dick inszeniert und Feuer frei und Spaß dafür. So sah's aus. Aber gut, mal abwarten. Genau, so ein bisschen Everspace, ne? Gab's ja auch so ein bisschen runtergedampft. Mal wieder Feuer frei. Ja, aber man soll wohl auch handeln können. Also es gibt wohl auch so ein Handlung. Irgendwie Raumstationen anfliegen und handeln ist da wohl auch irgendwie drin. Ich hoffe halt, dass es sich nicht zu sehr ähnelt mit so was wie Star Citizen oder Elite Dangerous, weil ich glaub, dann hat das weniger Daseinsberechtigung. Es muss schon irgendwie seinen eigenen Weg finden. Aber die Story soll ja wohl auch irgendwie ... Genau, sie nennen's ja Space-Shooter. Also ich glaub, die haben nicht den Anspruch, da irgendwas zu tun, das Lohnsartiges, Star Citizen-artiges mit einzubauen. Das wird wahrscheinlich Dauerfeuer mit ein bisschen Handel zwischendurch. Ja, aber darauf hätt ich tatsächlich Bock, ey. Also schön irgendwie so, weiß nicht, so Gradius-Style, einfach schön rumballern im Weltraum. Ja, auf dem Gradius hätt ich auch Bock. Aber das ist, glaub ich ... Da wechseln wir Ansicht und Genre noch extremer. Oder Leilet Wars, weißt du? Ja, ich versteh schon. Ich fand's nur, es wirkte für mich so ein bisschen generisch. Mit irgendwelchen üblichen dramatischen Storyfetzen, Andeutungen von irgendwelchen super Entitäten und Verschwörungen und die Kadetten und die ... Ja, kann schon sein. Aber ist doch nicht schön. Wenn das jetzt ein reiner Space-Shooter ist, also mit einem Raumschiff, in der Story-Beschreibung steht ja, eine Frau sucht Vergeltung. Und die Frau wurde auch sehr ins Zentrum gerückt, im Trailer so. Ich finde, das kann man immer schwer verkaufen, so eine Story, wenn man zu 99 Prozent nur ein Raumschiff steuert von außen. Und zwischendurch kommt dann vielleicht eine Cutscene, wo die Pilotin dann irgendwas erlebt oder so. Da bin ich mal gespannt drauf, wie sie das machen. Das war schon damals bei Wing Commander immer so ein bisschen affig, wenn man dann so diese zwei Räume mit den ... Aber das war trotzdem geil. ... oder was auch immer hatte so. Und dann war plötzlich der Charakterabstatt. Aber vielleicht gibt's ja auch viele Dialoge. Es liest du nämlich auch, dass der Jet ein eigenes Bewusstsein hat. Also du bist ja Knight Rider-mäßig. Und vielleicht quatscht's ja mit dem die ganze Zeit. Stimmt. Knight Rider goes Space. Ja, das kann sein. Chronologisch, das nächste auf der Liste können wir aus meiner Sicht schnell ad acta legen. Madden 21. Es kommt ein neues Madden. Und alle waren natürlich wieder mega excited. Und mega excited, weil's einfach so unfassbar ist. Was übrigens sehr, sehr ... Es wurde überstrapaziert, ne? Die Begeisterung, möcht ich mal ganz kurz sagen. Wir hatten zwischendurch ja auch Entwickler und Developer und auch in diesen Interviews, die nach dem eigentlichen Stream noch waren. Also dieser inflationäre Gebrauch von begeisterungssteigernden Worten, der geht mir auch ... Ja, das ist halt typisch. Ja, ja, das ist typisch Army, Microsoft so. Das machen die immer. Aber das ist mir da auch wieder aufgefallen. Also wo man immer denkt, die bereiten einen immer schon so schön vor. Ich bin schon aufgeregt, weil ich weiß, was jetzt kommt. Und du bist natürlich auch aufgeregt. Und du denkst, okay, jetzt bin ich auch aufgeregt. Und spätestens, nachdem man das erste Mal verarscht wurde, denkt man auch, nee. Die sind aber auch leicht zufriedenzustellen. Als Trant und ich bei diesem Event in London waren, bei dem letzten großen Event da, wo wir auch diesen Beitrag für Game Two noch gemacht haben, ey, das war auch so schlimm. Man hat es wirklich ... Man hat es nicht mehr ausgehalten. Ja. Einfach dieses Exciting und Awesome und bla, bla, bla. Und freust du dich auch so wie ich? Ja, ey, noch viel mehr als du. Nein, ich freu mich mehr. Das wird das Geilste überhaupt. Wirklich, das macht deinen Kopf einfach kaputt nach so einem Tag. Es wär geil, wenn sozusagen die Germans mal so eine Show inszenieren würden. Das wär nicht so, so, kommen wir jetzt zu einem Spiel. Man beachte hier bitte die vertikalen Teraflops bei Bit-Berechnung im Hintergrund. Ja, und moderiert von Micha auf jeden Fall auch, wo er dann so sagt, also das Spiel könnte eigentlich auch für die Xbox One X rauskommen, eigentlich scheißegal. Und das wollte ich jetzt gerade sagen, Madden 21 sieht einfach nicht mal in Müh besser aus als der Madden 20. Also es ist einfach nur eine Suppe. Ja. Aber kochen wir direkt mal weiter die Suppe. Lass es nicht bei Madden aufhalten. Vampire the Masquerade Bloodlines. Das hat für mich so am ärgsten wirklich diesen Fluch noch mal gezeigt, dass dieses Ding A schon super lange in der Entwicklung ist und B auch in keinem Update, was man so gesehen hat, technisch irgendwie beeindruckend war. Also auch schon nicht für die letzte Generation. Jetzt haben sie da so einen schönen durchinszenierten Trailer mit Tanzszenen und so einem ganz eigenen Stimmungsbild schon geschaffen. Aber das war so richtig so ein Spiel, wo ich gedacht hätte, hätte man vielleicht sogar rauslassen sollen. Das mag vielleicht dann das super geiles Spiel werden, wenn die all das umsetzen, was die Fans fordern. Aber das war für mich so noch mit am wenigsten geeignet, irgendeine Art von optisches Showcase zu sein. Also altbekannter Titel schon nicht damals beeindruckend und in der Variante auch. Ja, optisches Showcase auf keinen Fall. Ja. Also auf gar keinen Fall. Aber ich fand's megageil, dass die davon wieder was gezeigt haben. Weil das ist jetzt so ein bisschen im Äther. Du hast diese Ansage der Entwickler irgendwie so, ja, wir haben es jetzt noch mal verschoben, weil wir wollen nicht, dass das Ding rauskommt. So unfertig und so weiter und so fort. Und jetzt wartest du ja als Fan irgendwie, und ich freu mich auch mega drauf, wartest du die ganze Zeit darauf, dass jetzt wieder was kommt und siehst dann jetzt so einen Trailer. Ich hab mich voll gefreut über den Trailer. Ich fand der Trailer war auch richtig cool. Ich hab wieder noch mehr Bock drauf, jetzt einfach auf diese ganze, ja, auf diese ganze Vampir-Action, dieses Universum und so. Ja, also optisch auf jeden Fall kein Highlight, aber trotzdem geil, einfach einen neuen Trailer zu sehen von Vampire. Genau. Das ist für mich auch so ein Beispiel. Also ich bin großer Fan von dem Vorgänger, freu mich da die ganze Zeit schon drauf. Aber was zur Hölle hat das genau wie alle anderen Spiele auf der Series-X-Präsie verloren. Da sieht man halt einfach, dass sie offenbar nichts zeigen können. So, und ich hoffe, dass das ein geiles Spiel wird für alle Plattformen und freu mich drauf, genau wie vorher auch. Ja, also atmosphärisch. Es sah schon nicht nach Unspaß aus. Nur so wirkte für mich so ein bisschen, na ja, gut. Aber gucken wir mal. Nee, die haben halt nicht so viel Budget, ne? Also die haben ja tatsächlich das Spiel auch verschoben, weil die Reaktionen auf das Gameplay sehr viel waren. Oh, da müsste die Animationen zu schwach, die Gesichter zu hässlich. Also gerade die Technik wurde stark angekreidet. Insofern wird sich sicherlich auch da noch mal was zu tun zu den Präsis von vor anderthalb Jahren oder was. Ja, aber da geht's aber deswegen noch lange nicht. Da geht's, glaube ich, weniger um die Optik als vor allem ums Gameplay. Also ich hab's ja auch gesehen, ich hab ja die Präse schon zweimal gehabt, die Gameplay-Präsentation auf der E3 und auf der Gamescom. Und das war auch mein Eindruck, dass du einfach, dass es aussieht, als ob das Kampfsystem sehr, sehr schwammig ist. Ich glaub, wir machen das Gleiche. Also die Animationen der Figuren und so weiter gehören ja für mich auch zur Präsentation sozusagen. Und das wirkt über alles ja holzern so. Es ist eher so in Richtung Gameplay geht, dass sich das halt gut anfühlt, als dass es gut aussieht. Mhm. Ja, also ich glaub, die Harten haben viel zu tun. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich glaub, die haben's gehört, denn die lassen sich ja wirklich Zeit damit. Wenn wir auch nicht das größte Budget vielleicht dafür haben. Ähm, nächster Titel. Call of the Sea. Für mich so ein bisschen der, ja, wirkte so ein bisschen der obligatorische Indie-Titel. Irgendwie Inselerkundung mit so einem Mysterium. Das Ganze in so einer leicht reduzierten, stilisierten Comic-Optik. Ja, irgendwie so ganz charmant, ohne dass man wirklich viel dazu sagen kann. Also da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Weil da find ich, das ist so ein bisschen ausgelutscht. Meiner Meinung nach zumindest, was ich jetzt gesehen hab. Weil von diesem, ich komm auf ne Insel und erkunde jetzt die Insel und auf der Insel ist irgendwas passiert und ich lauf hier die ganze Zeit lang und es ist alles so schön und ruhig. Und bla, bla, bla. Davon find ich, hat man einfach, das ist so ein Indie-Trope. Davon hat man schon so viele Spiele, ob jetzt mit Menschen oder mit Tieren. Äh, ja. Und ich hab jetzt grade ja erst noch mal Deliver Us The Moon gespielt, von diesem Rumrennen, irgendwas Entdecken spielen, hab ich einfach die Schnauze voll. Mhm. Ja, für mich auch so ein, für die, auf der Vielseitigkeitskeule wieder so ne Kerbe irgendwie reingemacht, ne? Aber nix, wo man sagt, oh ja, das, das, äh, könnte aber jetzt anders sein als all die Tropes, die du grade genannt hast. Also das hat's glaub ich auch nicht gezeigt. Aber wie steht der denn zu, äh, The Ascent? Das war ja dieses ISO-Sci-Fi-Rumgeballer, ähm, was erst lange ja mit total geil inszenierten Cutscenes und irgendwelche wilden Alien-Viecher, äh, wirkte wie so ne, wie so ne stimmige Welt. Und als es dann das erste Mal so zum Gameplay switchte und in so ein ISO-Geballer war, was so ein bisschen so Twin-Stick-Shooter-Flair zumindest vermittelt hat auch, da dachte ich dann schon, naja, okay, das ist ... Da hatte ich mir was anderes erwartet irgendwie nach, nach dem, nach dem inszenierten Anfang. Ähm. Also war für mich, ist bei mir nicht ganz hoch, auf die Muss-ich-haben-Liste gerutscht. Ja, also ich find's genau, für so ein isometrisches, ob's jetzt ein Twin-Stick-Shooter ist, oder ich glaub, es wird als Action-Rollenspiel, offiziell, Cyberpunk-Action-Rollenspiel, also schon eher Richtung Diablo, als, äh, jetzt wirklich ein reines Gewaller. Ähm, aber ich fand's sehr hübsch dafür. Also das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Also das Setting war jetzt nicht besonders neu, ähm, aber für so ne Art von Spiel, da musste ich schon sagen, wow, das sieht ja ganz cool aus. Ähm, aber mehr kann man dazu irgendwie auch nicht sagen, find ich, dafür war es jetzt zu wenig, äh, Inhalt. Ja, also ich glaub auch, es wird sehr Diablo-esk werden, ähm, fand auch, sah gut aus, aber ich mein, man kann jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwas Neues ist, was man noch nie gesehen hat, ne? Mhm. Aber bei solchen Spielen, also prinzipiell so Top-Down, ähm, Action-RPGs, also ich hab jetzt ja grad erst wieder Wolzen gezockt, und, äh, das hat mir auch wieder mega Spaß gemacht, also so auf jeden Fall auch ein, ich find, das geht immer so, also es macht irgendwie, es wird auch nicht alt, dieses Spiel, äh, Prinzip, von daher könnte ich mir vorstellen, wenn das, aber das sind halt auch, die Grenzen sind da immer so extrem, fließend zwischen, das ist richtig geil, und das wird dann auch, aber, ja, oftmals irgendwie ein bisschen scheiße, wenn irgendeine Sache irgendwie nicht passt, wenn das Loot-System dann irgendwie nicht, nicht geil ist, und das irgendwie nicht, nicht belohnt ist, dann kannst du das Ding eigentlich sofort in die Ecke werfen, das ist immer so ein bisschen schwierig, bei solchen Spielen. Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass es nicht so per se mein, also aus dem Bauch heraus nicht mein absolutes Lieblingsgenre ist, ich bin ja auch jemand, dem dieses Diablo-Fieber irgendwie nichts groß anhaben konnte, aber cool, ich meine, da muss halt wirklich alles passen bei so einem Spiel irgendwie, also, die Grenzen sind eigentlich nicht fließend, sondern das genaue Gegenteil, die sind eigentlich sehr scharfkantig, es ist entweder geil, oder es ist sinnlos, so, das wollt ich eigentlich sagen. Also, schauen wir mal, wo sich The Ascent einsortiert, ebenfalls spannend ein Spiel, wo, es kommt der Titel, der auf meiner Erwartungsliste und vom Aha-Moment auf jeden Fall am größten war, The Medium, der neue paranormale Horror-Psychologie-Schocker von Blooper-Team, die uns ja zuletzt Blair Witch gebracht haben zum Beispiel, ein Spiel, das fand ich total geil, als der Trailer kam, da setzte nach kurzer Zeit dann plötzlich so ein Track ein, der so ein bisschen poppig war, und der so vom Mix her und von der Instrumentierung so fortklang wie die typischen Silent Hill-Theme-Songs. Und da hab ich schon gedacht, ey, das ist ja frech. Oder ist das jetzt, ist das vielleicht sogar ein neues Silent Hill, wer weiß, wir haben nicht damit gerechnet, hier wird's enthüllt. Ja, und dann bestätigte sie sich, nein, es ist kein neues Silent Hill, aber es darf so klingen, denn Akira Yamaoka, der Haus- und Hofkomponist der Silent Hill-Reine, der macht mit dem Komponisten von Blooper-Team gemeinsame Sache, um natürlich auch diese Referenzen zu nutzen und diese Erinnerungen da irgendwie zu evozieren, um dann eben so ein, ja, das wirkte ja schon so ein bisschen, irgendwie so ein Silent Hill-artiges Gruselabenteuer zwischen Realität und so einer Spirit-World mit Bedrohungen und Puzzles und viel, viel Atmosphäre in Rolle eines Mediums, das eben zwischen diesen Welten anscheinend wechseln kann. Oder zumindest ein Einblick auch in die Geister. Da hab ich richtig Bock drauf. Ja, da scheinen sich wieder die Geister, ne? Das find ich so witzig. Ich dachte in dem Moment, Gott, was ist das denn für ne cheesige Scheiße, die ruiniert ja grad die komplette Atmosphäre. Und dann wurde genau das als das Feature quasi zwei Sekunden später angekündigt mit dem Komponisten und sonst was. Liegt natürlich daran, dass ich keinen großen Bezug zu Silent Hill habe und diese Nostalgie-Verbindung nicht habe. Ähm, für mich war das eher unpassend. Ich find bei Medium jetzt eher interessant. Ich hab ja bei allen Spielen so ein bisschen nachgegoogelt. Ähm, ich weiß, ich reite jetzt drauf um auf dem Thema, aber das ist ein Spiel für die Series X und nicht für die anderen Konsolen. Kommt nur für die Series X und die Entwickler sagen ja, gut, man hat jetzt kein Gameplay gesehen, aber die sagen, nein, das Spiel würde auch nicht funktionieren auf der Xbox One. Äh, und nicht, weil da kein Raytracing möglich ist. Mhm. Und das ist das, was ich eigentlich meine, ne? Da sind, vielleicht war's ja, die Gesichter, die man gesehen hat und so weiter, vielleicht war das ja Ingame und so weiter, sowas meinte ich eigentlich. Ähm, davon hätt ich gerne mehr gesehen. Insofern fand ich's fast am spannendsten. Layers of Fear war ja auch schon ein cooles Spiel. Blair Witch war, glaub ich, so ganz okay, was ich so in Erinnerung hab, hat, glaub ich, Trant bei uns gemacht. Ähm, also die haben schon einen Plan von Horror. Ähm, ja, und wenn das, also Horror gewinnt natürlich enorm durch Gesichtszüge und durch, äh, Lichtstimmung und so weiter. Ähm, konnte geil werden, aber relativ nichtssagend halt, ne? Wie immer. Wobei das jetzt einer der wenigen Trailer beziehungsweise war, die nicht in In-Engine-Grafik waren, ne? Also, wenn ich das gesehen hab. Also kam zumindest am Anfang, glaub ich, kein Hinweis, dass das Ganze jetzt In-Engine-Footage ist. Okay. Mhm, aber hatten die das nicht. Und daher wissen wir da, glaub ich, noch am allerwenigsten, wie das Spiel nachher aussieht. Ich guck noch mal rein grade. Ich meine aber, das haben die das nicht am Anfang der gesamten Streams gesagt, dass alles, was man sehen würde heute, äh, In-Engine-Material war? Also die haben bei den anderen Spielen auf jeden Fall immer noch mal einen Hinweis am Anfang, dass das Ganze In-Engine-Footage ist. Ja. Und hier steht jetzt nichts. Es kommt für den Xbox Game Pass vielleicht noch mal ganz gut zu, zu sagen. Auch ganz cool eigentlich. Aber, ja, zumindest hab ich diesen Hinweis hier am Anfang nicht gesehen. Sieht mir auch, find ich, aus wie ein Render-Trailer. Also wie das Ding am Endeffekt aussieht. Kann, wenn du's wirklich für die neuen Konsolen entwickelst, Spielgrafik dann auch in diese Richtung Render-Trailer-Hübschheit gehen? Mhm. Das haben sich ja mal alle erhofft, wenn du dir jetzt die Gesichter von, ähm, Last of Us 2 und so weiter anguckst, soweit sind wir nicht mehr davon entfernt. Mhm. Ähm, wenn da jetzt ein bisschen Budget hintersteckt und sie machen's nur für die neue Konsole, kann ich's mir schon vorstellen, dass es so aussieht. Aber trotzdem waren's ja Kamerafahrten und Cutscene-artiges, äh, ähm, Dings. Man kann's also nicht sagen. Aber ich halte das für möglich. Und das hab ich mir gewünscht. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall cool, dass es natürlich exklusiv ist, ne? Ja. Ich fand das jetzt auch nicht so überragend, also selbst wenn's komplett vorgerendert gewesen wäre, dass man denkt, wow, das war für mich jetzt auch nicht ... Also, ich find's cool, dass sie hier mal klar sagen, Micha, wie du's sagst, das ist jetzt für die Generation und es wär nicht machbar gewesen, wie viel man davon halten kann und wo man das dann wirklich auch sieht, in welchen Elementen, das schauen wir mal. Ähm, aber ich find's cool, weil die, glaub ich, tatsächlich das machen, wo die Horror-Fanbase, zu der ich ja nun auch glühend zähle, einfach drauf wartet, dass jemand diesen seit PT, seit dieser Demo, seit Silent Hills und dem kläglichen Niedergang, ähm, zumindest geistig dieses Franchise irgendwie wieder aufnimmt. Und das war natürlich kein Zufall, ähm, diese, diese Referenzen, diese, du sagst, es ist cheesy, genau, das ist aber auch eben dieser Silent-Hill-Gag, dass es aus meiner Sicht so in jedem Silent-Hill immer einen cheesy Moment gibt, oder einen vermeintlich brechenden, und das ist immer dieser Titelsong, die immer so etwas zwischen Country und Schlager und Elektro und so ein bisschen subversiv, aber so ein bisschen unpassend wirkt, weil alles andere von dem Spiel eben dann nur noch Psycho-Horror und komische Klanggebilde und, und, äh, richtig intensiv ist. Und das ist das Einzige, was so, der Comic-Relief will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber was hat so ein bisschen leichter um die Ecke kommen. Ich bin super gespannt drauf. Ich hoffe nur, dass die Blupper-Team gut geht. Das ist Musik, das ist ja eh Geschmackssache, wissen wir ja. Ja. Und, äh, das übliche Horror-Geplucker ist ja jetzt auch nicht grad originell. Insofern muss man's ja auch wieder belohnen, dass ich's immer, ne? Genau so ist es, ja. Kommen wir mal zum nächsten Spiel direkt weiter. Ähm, die Rede ist von Scarlet Nexus. Bandai Namco lässt es sich natürlich auch nicht nehmen, ein Spiel beizusteuern. Ja, und das ist irgendwie so, finde ich, wenn Bandai Namco draufsteht, dann hat man eine große Wahrscheinlichkeit, dass so was drin ist. Ein Anime-Geprügel, sieht so typisch japanisch aus, ist so ein bisschen wie der obligatorische Fernost-Titel, der natürlich auch irgendwie im Portfolio nicht fehlen darf. Äh, so ein, so ein, ja, Kulleraugengerangel mit telekinetischen, befähigten Kämpfern und, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist das, was ich für mich so abgehakt habe. Kann man nicht viel zu sagen, ne? Ja, muss man, muss man, glaub ich, so sagen. Also, genau, man kann nichts dazu sagen, ähm, muss man abwarten. Aber meins ist es eh nicht, das ist ja immer so eine Geschmackssache, ist vielleicht am ehesten was für Markus dann oder so. Ähm, und auch da war es jetzt, hat es nicht viel Schauwert, also es hat mich jetzt nicht irgendwie beeindruckt. Ja. Manche Spiele lassen einen ja kalt, aber beeindrucken einen zu wenigst, äh, zumindest, äh, das hat es auch nicht getan. Genau wie das, äh, weit nächste Spiel, dann Second Extinction, oder wie es hieß, soll ein Koop-Ego-Shooter für drei Spieler sein, in dem das Team sich großen Gruppen von Dinosauriern stellt und die niedermäht. Äh, wirkt für mich auch nach einem, ja, nach einem Low-Budget-Spiel. Ich hab jetzt auch, äh, in letzter Zeit, wie hieß es, ist es Zombie Army 4, oder was es da war? Mhm. Äh, also Koop-Shooter, wo man sich gegen Gegnermassen wehrt, das ist ja auch wieder voll im Saft gerade, dieses Genre. Ähm, jetzt haben wir noch einen weiteren mit Dinosauriern. Mhm. Die Lücke ist also auch zu, ja. Ja, ich ... Kann man auch nicht mehr dazu sagen, ja. Ich wünsch mir da, dass da endlich mal das Spiel kommt, was es richtig, richtig, richtig geil macht. Also, ähm, ich erinnere mich da an Generation Zero, ne, war's ja auch ... Ich glaube, das Ding kommt jetzt auch so aus diesem Avalanche-Kosmos, ähm, die ja auch Generation Zero gemacht haben, dieses auf der Erde sind irgendwelche Roboter und die Vierer-Truppe Jugendliche muss losziehen, was wir auch in der Sendung hatten, wo man mir so denkt, eigentlich sind diese Settings und eigentlich sind diese ganzen, sind total geeignet, ein richtig geiles Spiel zu machen. Manchmal auch mit einer Story und nicht immer nur so missionsbasiert. Aber irgendwie kriegen die das, oder zumindest bei den Titeln, die ich gespielt habe, kriegen die das nie so richtig auf die Straße, dass man denkt, das ist jetzt wirklich geil, das hat so einen Mehrwert, das macht total Spaß, sich da zu viel zu verabreden. Das ganze Spiel ist so darauf angelegt und man trifft sich vielleicht auch über mehrere Abende, sagen wir mal, virtuell, um mal eine richtige Story durchzurocken und nicht immer nur so kleine Runden oder Missionshäppchen irgendwie zu machen. Deswegen, ob das das Spiel liefert, keine Ahnung. Aber die Grundidee, die Welt ist irgendwie von Dinosauriern und irgendwelchen Monsterviechern wieder an sich gerissen worden und die Menschen müssen da irgendwie ums Überleben kämpfen, ist natürlich jetzt auch nicht bahnbrechend neu. Aber ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass das ein ... Das könnte auch richtig geil werden, wenn man's mal vernünftig durchexerziert. Ich fand halt den Gewalt grad ganz schön krass. Also, ich weiß nicht, für Dino-Liebhaber ist es auf jeden Fall nichts, dass man da die ganze Zeit so diese Dinos in tausend Stücke zerfetzt, ey. Da hab ich mir schon so gedacht, boah, die armen Dinos. Ja, ja, klar, wenn man ein paar Dinos zu Hause hat, dann ist man natürlich sehr ... ist die Empathie natürlich deutlich ausgestellter. Aber das kann ich alles sehr gut verstehen. Ja, mal gucken. Also, es sieht jetzt nicht aus wie der Riesenknaller, aber zumindest wird auch hier wieder so eine Genrekerbe irgendwie gesetzt, ne? Ja, jetzt kommen wir zu, wenn ihr nichts mehr habt, Yakuza Like a Dragon. Das ist der neueste Yakuza-Teil. Den können Japaner bereits auf aktuellen Konsolen spielen. Bei uns ist er noch nicht raus. Und ja, oh Wunder, das Ding soll eben zum Konsolen-Launch, war auch, glaub ich, der einzige Titel, der bestätigt wurde, ne, zum Launch, dann tatsächlich erscheinen. Mal gucken, wie gepimpt oder auch nicht gepimpt. Ja, ist halt Yakuza, ne? Genau. Yakuza war ja auch nie so ein Technik-Showcase. Also, weder für aktuell oder auch nicht für ältere Generationen. Sondern einfach dann mehr, als man auf den ersten Blick vielleicht wahrnimmt. Ja. Ja. Und dann kommen wir natürlich noch zu dem, ich hab's eingangs erwähnt, Assassin's Creed. Wurde groß versprochen. Man sähe jetzt endlich dann mal irgendwie Gameplay. Und auch während des Streams gab's ja mehrfach diese Ankündigung, bitte dranbleiben, gleich geht's mit Assassin's Creed weiter. Und ich finde, das, was man dann da gesehen hat, hat das euch bei dem Rätselraten, wird Valhalla richtig knaller, supergeil, irgendwie einen Müh weitergeholfen? Nee, überhaupt nicht. Nee, ne? Also, da hab ich mir dann auch so, das war wirklich auch so der Moment, wo ich krass enttäuscht war, weil es einfach die ganze Zeit so krass angekündigt wurde, irgendwie, ja, bleibt dran, immer unten diese Einblendung, bleibt dran. Gleich kommt noch Assassin's Creed Valhalla-Gameplay, bla, bla, bla. So, ne? So, schön, um die Retention-Rate zu pushen, ja. Und dann kriegst du im Endeffekt dann auch Szenen, die, wo du auch wieder alles reininterpretieren musst. Ja, ist das jetzt Gameplay, ist das kein Gameplay, wo du eigentlich genau dastehst, wo du nach dem ersten Trailer auch warst. Klar, du hast jetzt noch ein paar mehr Szenen, aber das ist halt einfach kein Gameplay. Das ist halt irgendwie Szenen zusammengeschnitten, irgendwie, ja, in Ingame-Optik gerendert, alles in Ordnung. Und dann kannst du jetzt dir da irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen und es soll ja auch irgendwie alles darauf hindeuten, was man da machen kann. Aber es ist trotzdem halt einfach kein Gameplay und es ist halt, finde ich, immer noch ein Unterschied. Mhm. Ob du halt wirklich jemanden siehst, der was spielt, oder ob du dir halt einen In-Engine-Footage-Trailer anschaust, wo du Sachen, die man eventuell im Spiel machen kann, irgendwie möglichst geil inszeniert dann irgendwie abbildet. Mhm. Ja. Das ist halt leider, das war echt schade. Also, das war meine größte Enttäuschung in dieser Konferenz. Ja. Also, ich muss sagen, die haben ja sehr viele Infos. Wir hatten ja letzten Montag den Valhalla-Montalk. Also, was in dem Spiel dann passiert und was man da alles machen kann, dazu gibt's ja schon sehr viele Infos. Also, ich hab das Gefühl, ich muss nicht mehr wissen, ich würd das Spiel jetzt schon kaufen oder auch nicht, je nach Wertung oder ob's dann toll ist oder nicht. Aber ich brauch nicht mehr vorab Infos. Ja, ja. Also, auf dem Papier zu wissen, was vielleicht alles drin sein soll und wie das Ganze aussieht oder sich vielleicht anfühlen könnte, weil man authentisches Gameplay davon sieht, das sind, finde ich, schon zwei Paar Schuhe. Also, alles andere ist für mich zuerst mal nur PR-Geregel. Ja, ich mein nur, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie vom Spiel nicht genug Preis geben. Man kann ihnen auch da höchstens nur vorwerfen, dass sie nicht zeigen, wie gut es aussieht. Aber man weiß, dass das Kampfsystem schwerfälliger wird. Man wird kämpfen mit Schild und Speer. Es wird noch mal eine Weiterentwicklung von dem Letzten sein. Man weiß so viel über das Spiel, über das Gameplay. Klar, wäre es cool gewesen mit Gameplay und so weiter. Und sie haben es ja angekündigt. Insofern war es auch hier ein Reihenfall. Aber man weiß ja trotzdem schon recht viel über das Spiel. Das wollte ich nur sagen. Ja, aber das ist halt alles nur, das erzählen dir irgendwelche Leute in irgendwelchen Interviews. Aber du kannst es ja nicht sehen. Ich mein, wenn's zum Beispiel ums Kampfsystem angeht, das ist ja das beste Beispiel. Das Kampfsystem will ich in Aktion sehen. Nur dann kannst du sehen, okay, hat sich wirklich was getan oder hat sich nichts getan. Wenn sie mir jetzt hier einen geilen Trailer zeigen, wo die richtig krass abkämpfen, dann sieht's natürlich geil aus. Aber wir haben's ja bei Assassin's Creed Odyssey gesehen, dass es dann einfach, wenn du's dann in der Hand hast, wenn du das spielst, wenn du das Gameplay siehst, dann sieht das halt einfach nicht geil aus. Und du siehst sofort, das ist halt irgendwie clunky. Und da hätt ich jetzt gerne mal gesehen, wie das im Gameplay halt aussieht. Genauso wie bei dem Siedlungsfeature, dieser Siedlungsbau. Wir wissen ja, okay, Siedlungen, du kannst Siedlungen bauen, man kann seine Siedlungen da irgendwie auftunen und man kann da irgendwie Tätowierstuben bauen und sonst was. Aber wie sieht das im Spiel aus? Was muss ich machen, um das freizuschalten? Wie schalte ich das frei? Was gibt's da für Menüs? Wie sehen die Menüs aus? Was weiß ich. Das sind alles so Sachen, die man irgendwie wissen will, find ich. Also die Wut kann ich gut verstehen. Aber wie gesagt, das haben wir jetzt schon festgestellt, ich hab diese ganze Präsentation eher als Technik-Series-X-Technik-Showcase verstanden. Was es halt überhaupt nicht war, sondern es war halt das Microsoft-Line-Up. Und insofern war die Enttäuschung gar nicht mehr da, weil ich sowieso schon so enttäuscht war. Also ich war halt bis dahin, dachte ich so, was gibt ihr mir hier olle Spiele, die olle aussehen? Was soll das alles? Und dann war das halt auch nicht drin. Ja, mein Gott. Ja, aber muss man vielleicht fairerweise an dieser Stelle dann auch mal einen Haken dran machen. Denn es war das, was wir uns ... Also, oder auch nicht. Aber was es war, war definitiv einfach ein Einblick eben in Spiele, die auch für die Series X erscheinen werden. Ein paar neue Sachen dabei, ein paar altbekannte, ein paar Sachen, mit denen man rechnen konnte. Das war jetzt der erste Schritt. Und bis zum angepeilten Konsolen-Launch Ende des Jahres wird sich da natürlich auch noch einiges tun. Und Microsoft hat ja auch selber gesagt, die werden jetzt regelmäßig solche Events stattfinden lassen, solche Streams, dann natürlich demnächst auch im Juli, glaube ich, haben sie angedeutet, mit den First-Party-Spielen, die jetzt hier sträflich vermisst wurden, aber auch nie angekündigt waren. Und dann schauen wir halt mal, was da Ninja Theory zum Beispiel mit Hellblade macht oder natürlich Halo Infinite. Das wird dann sicherlich sehr, sehr spannend werden. Und dann wird man natürlich über die nächsten Wochen und Monate sicherlich auch sehen, wie denn eigentlich die Third-Party-Hersteller die Mehreinblicke dir gewähren zu den Spielen, die wir heute wirklich nur im Schnelldurchlauf angerissen bekommen haben. Also das war jetzt so der Startschuss und jetzt wird's halt spannend und dann natürlich noch mal extra spannend, wenn auch PlayStation dann irgendwann mal kontert, denn da ja viele große Messen und sowas wegfallen, wird bestimmt bei beiden maßgeblich gerade getackert, wie kriegt man denn eigentlich bis zum angepeilten Launch die ganzen Marketing-Maßnahmen, die man vielleicht mal auf Messen und so gesetzt hat, jetzt irgendwie virtuell hin, welche Events muss man machen, wie muss man sich da gegenseitig pushen, die beobachten ja sicherlich auch, wie gut kommt das Showcase von Microsoft an und dann wieder das von PlayStation und was kann man da noch tun. Also ich glaube, vor uns liegen jetzt super, super spannende Monate bis zum Launch. Ja, wie findet ihr das denn, dass das eben so geteilt ist? Weil vielleicht ist ja meine Enttäuschung, wir haben ja am Anfang schon gesagt, First-Party-Spiele werden wahrscheinlich ein bisschen beeindruckender sein oder whatever, aber vielleicht ist die Enttäuschung auch nur da, weil sie es eben jetzt getaktet haben. Jeden Monat kommt ein bisschen was. Ähm, und die Leute sind aber eben noch alte Konsolen-Launches gewohnt, wo eher viel auf einen Schwung kam. Ähm, vielleicht war das ein Fehler, weil, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, ich bin ja nicht der Einzige, der so enttäuscht ist. Ich würde sagen, die meisten sind sogar enttäuscht. Ich glaube, die Like-Dislike-Ratio unter der Präsi ist ja wirklich eine Ohrfeige für Microsoft. Und ich glaube nicht, dass das nur an Assassin's Creed liegt. Ähm. Nee, es liegt daran, dass die Gameplay versprochen haben, keines gezeigt haben. Hm? Liegt daran, dass sie Gameplay versprochen haben und keines gezeigt haben. Mhm. Glaube ich auch. Ja. Also, weil ... Ja, gut. Ich glaube auch schon, diesen, ich sag mal, diesen Transfer der eigenen ... Also, zu sagen, was hab ich mir eigentlich selber erhofft und was bekomm ich jetzt da? Dass man sich nicht selber zum Nabel der Welt macht und jetzt sagt, nur weil mich ein Dirt 5 vielleicht einen Scheiß, der interessiert, heißt das ja nicht, dass der Rest der Welt vielleicht gerade total abgeht. Oder tausche Person X gegen Titel Y, das ist ja komplett egal. Nee, ich bin interessiert an Dirt 5. Ich find das voll geil. Ja, ja, siehste mal, das mein ich halt nicht. Das weiß auch nur irgendein Beispiel. Oder nicht, dass wenn auf einer Series X-Presi, sozusagen. Ja. Ja, das werden wir ja sehen. Aber ich glaube, ich hoffe einfach mal, dass auch Microsoft daraus natürlich lernen wird, was du und natürlich auch viele, viele andere sehr bemängelt haben. Dass man sich ein bisschen mehr von der Power mal gewünscht hätte, selbige zu sehen. Dass sie das sich möglicherweise auch einfach für spätere Sachen aufsparen. Ähm, denn wenn das jetzt regelmäßig kommt, müssen die ja auch irgendwas raushauen. Und im Idealfall steigert man natürlich auch so eine Begeisterungsstraße und verfeuert nicht direkt im ersten Stream oder im zweiten alles, was wir schauen. Mhm. Gut. Mein Lieben, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, wir geben die Frage wie immer weiter an die Community. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das wahrgenommen habt. Ob euch das vielleicht in der, in eurer möglichen Kaufentscheidung für eine neue Konsole in die eine oder die andere Richtung bestärkt hat. Einfach mal in die Kommentare damit. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant, das zu lesen. Und natürlich gemeinsam werden wir das weiterverfolgen, was da so passiert. Und natürlich hoffentlich im nächsten Schritt dann mit Sony, die in Sachen PlayStation 5 kontern. Denn, ja, jetzt liegt der Ball bei denen. Und mal gucken, was die so deliveren. In diesem Sinne würde ich euch vielen Dank wünschen. Wenn ihr nichts mehr habt, mache ich Captain Winkearm. Vielen Dank wünschen. Tschüss. 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 Ja, das war's mit unserem Mondtalk zum Thema Inside Xbox. Und eure Meinung dazu hätten wir natürlich gerne in den Kommentaren, wie eben schon angesprochen. Und falls ihr Bock habt, noch ein bisschen weiterzuschauen, dann guckt doch gerne mal bei unserer letzten Game2-Folge rein, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Oder bei einem Video von unseren Kollegen von Valulis. Ähm, der gute Valulis hat nämlich sich mal damit auseinandergesetzt, warum die ganzen Promis gerade so freidrehen. Ja, Attila Hildmann und Dead Lefty Sauce und so weiter und so fort ist auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Solltet ihr euch anschauen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.